Opsa! Was ist denn? Was machst du denn hier? Was soll der lernen? Ich bin Mr. Rumpelsteels und ich will der Königin ihr Kind. Du bist betrunken, du schlafen. Sag mal, wo ist denn eigentlich der amtlich beglaubigte Superpapa da? Hallo! Monsieur Brion ist in München geschäftlich. Der hat doch gar keinen Job. Das ist ein mieser hinterhaltiger Betrüger! Pst! Ich will zu Valentina. Das geht nicht, du weißt. Das Jugendamt... Bitte! Nein, das Jugendamt... Aua! Warum quälst du mir meinen Fuß an? Warum stellst du ihn auch in die Tür? Dr. B. Hör zu. Ich bin auch ganz leise. Ich will zu Valentina. Valentina, Papa ist da! Das ist alles nur für schlimmer, als es eh schon ist. Ich vermisse Valentina. Was soll ich denn machen? Schlaf deinen Rausch aus und hör auf zu trinken. Ja, ich weiß, du bist mir immer einen Schritt voraus. Immer einen Schritt voraus. Ich verspreche, ich bessere mich. Aber einen Gute-Nacht-Kuss. Gute-Nacht-Kuss. Aber das... das geht nicht! Gute-Nacht-Kuss! Für Valentina! Jetzt, wenn du nicht betrunken wärst, würde ich riesigen Ärger dafür kriegen! Gute-Nacht-Kuss! Nur für Valentina! Gute-Nacht-Kuss! Vergiss es! Eh! Eh! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020